Wir fahren durch Westerau am 24.07.2012. Anlass ist das Busbomberattentat in Bulgarien. Denn hier, genau hier vermuten wir, die Komplizen, die noch flüchtig sind, verstecken sie sich hier in Westerau. Und dann weiter nach London, wer weiß das. Gerade so ein kleines Dorf wie Westerau bietet optimalen Schutz für solche Kriminellen. Gut, wir haben sie nicht gesehen, heute nicht. Morgen kommen wir wieder. Bye, bye.